Mahlzeit, der Micha hier. Es gibt mal wieder Neuigkeiten für die PSVR 2 und die schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Gefangen in einer unendlichen Gasse sucht ihr nach der Straße 10, um euren Weg nach draußen zu finden. Ihr befindet euch auf Straße 10, einem geheimnisvollen Abschnitt der städtischen Straßen von Tokio. Eure Mission beobachtet jedes Detail um euch herum. Wenn etwas Ungewöhnliches eure Aufmerksamkeit erregt, seid aufmerksam und ändert euren Weg. Euer Ziel? Einen Ausgang auf Straße 10 finden. The Street 10 ist ein Walking Simulator, der vor dem Hintergrund der Straßenlandschaft von Tokio spielt, wo das Alltägliche mit dem Ungewöhnlichen verschmilzt. Das Erkennen von Besonderheiten ist der Schlüssel, um den schwer erreichbaren Ausgang zu finden. In Ranglisten könnt ihr verfolgen, wer sich geschickt durch die Komplexität der Tokio unter Straßen navigiert hat. Spielzeit etwa 10 bis 90 Minuten, das ist nicht so viel. Das Spiel ist im US-Playstore als angekündigt verzeichnet und wird wohl auch bald bei uns auf die Wunschliste setzbar sein. Wer Aiko, Shadow of the Colossus oder The Last Guardian kennt und mag, wird mit diesem verträumten Puzzler schnell vertraut sein. Im Playstation Store steht dazu folgendes. Als du in Form eines mysteriösen, künstlichen Vogels aus einem traumlosen Schlaf ohne Sinn und Zweck aufwachst, findest du dich in den eigentümlichen Ländereien von Mea wieder. Dir läuft eine hilflose Begleiterin über den Weg und ihr wagt euch auf ein verworchenes Abenteuer tief in unbekanntes Gebiet, während sich eine rätselhafte Erzählung um die darin verborgenen Geheimnisse entfalten. Alles, um für die Ankunft der Begleiterin zu ihrem nahenden Schicksal zu sorgen. Erkunde die weiten und seltsamen Landschaften, geleite und beschütze eine KI-Begleiterin auf ihrem Abenteuer. Erkunde die Erzählung in 8 Kapiteln, suche nach verlorenen Artefakten, die in der ganzen Welt versteckt sind, um das letzte Geheimnis von Mea zu entschlüsseln. Also Aiko auf der Playstation 2 habe ich geliebt. Und auch Shadow of the Colossus und The Last Guardian sind ja wohl hervorragende Abenteuerpuzzler. Ich mache dazu in den nächsten Tagen mal ein Let's Play. Already Dead ist ein klassisch gehaltenes Actionspiel. Entwickler Monocall Games schreibt dazu folgendes. Obwohl wir wissen, dass dieses Spiel nicht für jeden geeignet ist, glauben wir, dass es bei denen Anklang finden wird, die Survival-Horrorspiele im Stil der 90er Jahre mögen. Feste Kamerawinkel, Ressourcenmanagement, Speicherpunkte und Rätsel. Wir sind ein kleines Team mit begrenzten Ressourcen, aber wir sind alle sehr leidenschaftlich für dieses verlorene Genre. Already Dead bringt das klassische Survival-Horror-Erlebnis in die immersive Welt der virtuellen Realität. Unser Spiel zielt darauf ab, die Essenz der beliebten Horrorspiele der 90er Jahre einzufangen und gleichzeitig VR zu nutzen, um dem Genre neues Leben einzuhauchen. Mit VR werden Spannung, Atmosphäre und Präsenzgefühl verstärkt, was ein einzigartiges und aufregendes Spielerlebnis bietet. Unsere Mission ist es zu zeigen, wie VR klassische Spielgenres wiederbeleben kann und wir glauben, dass Already Dead genau das tut. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung und obwohl es nicht völlig anders aussehen wird, handelt es sich hierbei eher um einen Teaser. Das Spiel erscheint exklusiv für die PSVR 2. Wir haben uns aus mehreren Gründen für die Entwicklung dieses Spiels auf PSVR 2 entschieden. Und hier wird es interessant. Erstens die Leistung. Ein VR-Headset, das von einer PS5 betrieben wird, ist ein Segen für Spiele, die mit dynamischen Licht- und Schatten spielen. Eine sehr schwierige Aufgabe in mobilen VR. Dadurch können wir die CPU und GPU optimal nutzen und unsere Umgebungen nach unseren Wünschen gestalten, ohne Abstriche machen zu müssen. Zweitens das Display. Die VR 2 verfügt dank ihres OLED-Displays über das tiefste Schwarz. Für Horrorspiele mit vielen dunklen Szenen und Kontrasten zwischen Licht und Dunkelheit ist dies für die Immersion sehr wichtig. Drittens Haptik- und Trigger-Effekte. Die verschiedenen Haptik- und Trigger-Effekte können die Immersion erheblich verbessern, wenn sie entsprechend eingesetzt werden. Wir glauben, dass diese Effekte in Spielen oft unterrepräsentiert sind oder eher als nachträgliche Gedanken behandelt werden. Also ich glaube, diese Entwickler sind wirklich absolute Fanatiker, was die Playstation, die VR 2 und generell diese Genre angeht. Das könnte trotz der etwas veraltet anmutenden Grafik durchaus ein interessantes Spiel werden. Tja, das wären erstmal alle Neuigkeiten, die ich hab. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns auch gerne in VR. Macht's gut. Tja, das ist ein Abo und ein Abo und ein Abo und ein Abo und ein Abo. Tja. 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 Tja.